Musik Schön, dass sich ein paar tapfere Helden hier eingefunden haben. Wir sind jetzt quasi gleich auch gemeinsam auf der Reise. Kurze Frage so nach dem ersten Kaffee. Wer von euch hat jetzt in letzter Zeit schon mal von der Heldenreise gehört? Ich sehe Hände, genau. Es geht momentan irgendwie so ziemlich rum. Hashtag Storytelling und Heldenreise ist momentan total in. Hat jemand eine grobe Ahnung, worum es dabei geht? Ich sehe eine Hand. Ich gebe ein Mikro. Naja, die Heldenreise, das ist der Monomythos, also das ist ein Geschichtenaufbau, der sich in ganz vielen Geschichten wiederfindet, wo es um eine Figur geht, die irgendwie auserwählt ist und eine Reise metaphorisch oder tatsächlich antritt. Also bei Herr der Ringe ist ja so eine sehr offensichtliche Heldenreise vorhanden und die Geschichte findet man schon seit der Ilias immer wieder. Genau, eigentlich wahrscheinlich sogar länger tatsächlich. Also wir wissen jetzt ja natürlich nicht, was die Leute gemeint haben, als sie die Höhlenmalereien gemacht haben, aber wenn wir grundsätzlich Geschichten erzählen, ist das eine Kulturleistung letztendlich, ist das halt eine sehr menschliche Sache. Das heißt, Menschen sind, also dass Menschen Geschichten erzählen, gehört einfach zu ihrem Wesen. Wenn wir jetzt irgendwie jemandem erzählen, du, da gestern, ne, gestern Abend auf dieser Bühne, ich schaue jetzt die Becky an, weil wir waren gestern Abend zusammen auf dieser Bühne, gestern Abend auf dieser Bühne, erinnerst du dich, ne, und dann war das, und dann haben wir gemeinsam, ne, und schon sind alle dabei. Ich sehe nämlich die Menschen, die mich jetzt schon anstarten, ne, so, ja, was war denn auf dieser Bühne, was war denn da? Ja, natürlich hätte ich jetzt auch einfach sagen können, da war gestern Abend dieser Poetry-Slam, wir waren Teilnehmer, die Becky hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch nochmal, und, äh, Punkt. Ist natürlich nicht so geil, als wenn man jetzt sagt, ne, und dann, dieses gemeinsame Erlebnis, wie wir da saßen, ne, und dann hat die Gesche noch ihre zusätzliche Liste gelesen. Ja, es ist gleich was ganz anderes, wenn man das Ganze in einer Geschichte erzählt, wo die Menschen, die Zuhörer oder Zuschauer oder Leser mitgehen können. Das heißt, wir haben, äh, in der Heldenreise grundsätzlich, das, was du gerade schon ganz richtig gesagt hast, wir folgen einem Helden, im Sinne von die Hauptfigur einer Geschichte, wir folgen dieser Person durch eine Geschichte hindurch, durch eine Entwicklung hindurch. Und das ist nämlich auch eine Sache, da kommen wir jetzt dann auch gleich zu, während dieser Geschichte verändert sich die Person, es verändert sich was in der Welt, ja, also, wir kennen das alle aus den Märchen, ne, so der Bauersjunge, der siebte Sohn, was auch immer, also jemand, der grundsätzlich irgendwie benachteiligt ist gegenüber dem Gros der Gesellschaft oder halt auch in der Familie, zieht aus, um etwas zu tun, zu lernen, zu holen, zu bekommen, wie auch immer. Das heißt, es verändert sich im Leben des Helden oder der Heldin etwas ganz Grundlegendes und am Ende ist diese Person nicht mehr die, die am Anfang da war und ausgezogen ist. Vielleicht mal, möchtest du was sagen? Okay, noch nicht. Das kommt dann gleich, alles klar. Einmal gerade ganz kurz zu mir, warum ich mir jetzt einbilde, darüber was zu sagen zu dürfen. Ich habe Anglistik studiert in Hannover damals und im englischsprachigen Raum sind sie, uns im deutschsprachigen Raum, ganz viel vorneweg, was eben kreatives Schreiben, was Storytelling und so weiter angeht. Die lernen das schon in der Schule, ja, also gerade Menschen halt in Großbritannien und auch in den USA, bei denen ist kreatives Schreiben, normales Schulfach. Die tun sich halt hinterher halt mit ihren Abschlussarbeiten und so weiter auch viel leichter, weil sie einfach einen ganz anderen Zugang zum Schreiben haben. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich sehr viele US-amerikanische und auch britische Dozenten hatte an der Uni, die uns ganz viel davon mitgegeben haben. Und das ist halt schon eine ganz andere Sache als Deutschunterricht hier. Wer kennt das noch, Deutschunterricht, eine Geschichte hat Anfang, Mitte, Ende? Genau, das ist zwar grundsätzlich richtig, aber es geht auch noch ein bisschen besser. Und auch das gleich noch vorneweg, also Heldenreise ist ein Geschichtenschema, das, wie du vorhin schon sagtest, sehr vielen Geschichten zugrunde liegt. Es gibt aber auch noch andere und es gibt noch Sachen, die man zusätzlich nehmen kann. Also wenn man eine Mischung macht aus Heldenreise und dann halt noch einer anderen Technik, dann kann man schon ziemlich geile Geschichten schreiben. Also, aber wir machen jetzt heute mal Heldenreise, eins nach dem anderen. Vielleicht nächstes Jahr beim nächsten Potsdok dann weitere coole Techniken. Habe ich noch irgendwas erzählt? Ah ja, genau, ich schreibe ja auch Bücher. Das ist dabei auch noch rausgekommen. Gibt es nächstes Jahr auch mal wieder Neues beim Gweiner Verlag. Ich probiere gerade selber was ganz Neues aus für mich. Da kommt zwar auch die Heldenreise insgesamt drin vor, ja. Aber ich bin da momentan etwas experimentell unterwegs, wird also für mich jetzt auch gerade alles spannend. Ich lerne auch da immer wieder was Neues dazu. Genau, und eins wollte ich gerade noch sagen, Entschuldigung, das ist gerade noch der erste Kaffee. Nein, das ist jetzt schon der zweite, aber... Ach ja, genau. Also, wenn ihr euch mit der Heldenreise beschäftigt oder halt auch mit anderen Geschichten, Aufbau, Schemata, wie auch immer. Wir haben das ja im Studium sehr ausgiebig dann gemacht und halt auch Geschichten analysiert, Filme analysiert, Märchen und so weiter. Nein, es wird nicht langweilig. Man kann hinterher immer noch Bücher so lesen, als wäre man nur normaler Leser. Also, keine Angst vor der Beschäftigung mit Story Structure. So. Wer hat schon mal von dem Herrn Campbell gehört? Eine Hand. Joseph Campbell, Hero's Journey. Der hat, ich glaube 1946, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwann in den 40ern jedenfalls, hat der ein sehr ausführliches Buch drüber geschrieben, wie Geschichten aufgebaut sind. Also, halt wirklich mit eben dieser Heldenreise, dass eine Person oder halt auch eine Gruppe von Helden auszieht, eine Reise macht, Dinge lernt, wieder zurückkommt. Und hat das wirklich zurückgeführt bis Ilias und weiter zurück. Also, wirklich so aufgrund von Mythen, Märchen, Geschichten, die halt innerhalb der Menschheit so erzählt wurden, hat er das wirklich komplett durchanalysiert, ungefähr 1946. Der Christopher Vogler hat das dann aufgenommen, in den späten 80ern, glaube ich, war das. Mitte, späte 80er, und mit bis später 80er hat er das weiterentwickelt, hat das Ganze umgelegt für Hollywood Cinema. Das heißt, er hat dann quasi für Screenplay-Writers das Ganze quasi als Leitfaden zusammengeschrieben, was man tun muss, um eben so eine Heldenreise auf die Leinwand zu bringen. Es gibt in Folge eben vom Vogler, der das, wie gesagt, schon relativ wissenschaftlich, aber mit sehr großem Praxisanteil umgelegt hat, gibt es auch einen Film, der ganz absichtlich gegen dieses Prinzip, also nicht nur geschrieben, sondern auch gedreht wurde. Wer hat von Howard the Duck gehört? Ja, ich sehe nicken, das ist gut. Wer mochte den Film? Einer hat, ich auch. Der ist genau gegen dieses Schema von der Heldenreise halt gedreht worden. Und komplett gefloppt. Also der ist wirklich absolut, also Kassenschlager wäre jetzt das genau falsche Wort dafür. Und das war dann so quasi der Beweis, dass das Schema tatsächlich funktioniert. Also alle anderen Filme funktionieren, der funktioniert nicht, also machen wir es halt wieder so wie das andere. Du hattest vorhin, was hattest du genannt? Du hattest den Frodo und so weiter, genau, Herr der Ringe genannt. Und auch wunderbare Verfilmung. Alle anderen Filme, große Saga-Verfilmungen und so weiter, sind alle genau nach diesem Schema aufgebaut. Also jetzt hier auch Star Wars, was auch immer und wir uns raussuchen. Was sind so eure Lieblingsfilme oder Bücher? Warte mal, ich, ihr habt da noch ein Mikro. Wer mag mal, so zwei, drei? Ja, so eins, was man sich so quasi mindestens viermal im Jahr angucken kann. Oder lesen. Natürlich Star Wars. Aha, hervorragend, ja. Memento. Okay, ja. Hast du doch mit Absicht gesagt. Die ganze, wenn ich mal in Serien denke, die ganze Breaking Bad und jetzt bei der Korsal-Geschichte zum Beispiel. Ob das Strange Love. Okay. Bei Serien, also jetzt gerade ganz kurz, Serien sind quasi eine Reise in einer Reise in einer Reise. Da hat man dann einmal so quasi den Bogen über die Folge, über die Staffel und hinterher dann auch meistens noch über die ganze Serie, wenn sie ordentlich durchgeplant ist am Anfang. Also je nach. Okay, ich habe jetzt in den nächsten Slides, habe ich ein paar Screenshots, beziehungsweise Fotos aus den genannten Büchern. Ich habe die beiden Bücher jetzt allerdings nicht dabei und ich habe es nicht vorher zu Hause ordentlich gekennzeichnet, welches aus welchem ist. Aber in meiner dunklen Erinnerung war es so, wie ich es dann auch beschriftet habe. Das heißt, was wir jetzt gleich sehen, sind Abbildungen, die in den Büchern drin sind. So, das ist Kempel oder ist das Vogler? Dann Kempel. Siehst du, dann habe ich es vorhin, heute Nacht, es war spät, dann habe ich es falsch beschriftet. Danke für die Korrektur, ich werde das nachher nachziehen. Das ist so der klassische Story-Aufbau. Jetzt muss ich mich hier mal bewegen. Das auch noch. Ja, dann haben die Leute im Stream auch was davon. So einen Zap-up-Point sehen sie ja nicht. Also, jede Heldenreise fängt mal an in der Ordinary World, also in der normalen Alltagswelt des Helden. Also, Frodo im Auenland sitzt da rum und ihm ist fad. Oder der Müllers Junge zu Hause, dem dann, der sagt so, ja, ich erbe jetzt hier eh nichts. Und dann kommt irgendwann der Call to Adventure, also der Ruf. So, jetzt geht es hier langsam mal los. Wem fällt gerade ein gutes Beispiel ein? Gandalf. Ja, der kommt eigentlich bei vier. Guck mal, wir haben dann noch Refusal of the Call, das ist dann so ein, ne, komm bewegen. Der Brief, den Harry Potter kriegt von Hogwarts. Sehr schön, ja, der ist super, danke. Call to Adventure, der Hogwarts-Brief. Ich habe meinen noch nicht gekriegt. Wie ist es jetzt bei euch aus? Auch nicht, ne? War, ist das nicht, dass Hogwarts ja beschlossen war irgendwie in den 90ern? Weißt du, das ist einfach keine Briefe? Ja, es gibt eine Erklärung für. Achso, ich dachte, das ist das Eulensterben. Okay, Refusal of the Call ist dann so ein, ne, ich kann nicht gemeint sein. Ne, was soll ich denn mit diesem Brief da? Das muss ein Irrtum sein. Oder ein, ach komm, jetzt echt bewegen? Ne, ach, das ist ja gemütlich hier, ne? Das ist zwar langweilig, aber das ist ja meine gewohnte Umgebung. Warum soll ich da rausgehen? Und dann kommt der Mentor. Dann kommt Gandalf. Dann kommt die Sache mit dem, hier, ne? Jetzt aber mal. Crossing the first threshold. Also die erste Schwelle überwinden. Na, so, ja, versuchen wir das mit dieser Reise mal. Der erste Schritt auf dieser Reise ist so, äh, hm. Und dann fängt das Ganze auch schon relativ, also in Hollywood-Filmen relativ rapide an, ne? Tests, Allies and Enemies. Also, äh, Matrix, ne? Hier so die, äh, die Schwellenwächter. Die Agenten, ne? Agent Smith und so weiter. Das geht ja dann relativ bald los. Also die treten dann teilweise halt auch noch in der Alltagswelt auf. Also das hatten wir bei Matrix ja, ne? Die Schwellenwächter, die dann halt bei ihm da im Büro aufkreuzen und so. Ähm, dann haben wir so Approach. Das heißt, es geht dann halt immer weiter in diese Geschichte rein, na, an diesen Kern der Geschichte ran. Wir, wir schleichen uns langsam an die Höhle des Löwen, ne? Die Ordeal, die große Qual des Helden. Das heißt, da ist dann halt auch schon, also jetzt ist, jetzt ist wirklich, ne? Also weiter geht nicht. Das ist dann halt auch der Punkt, da kommen wir dann gleich noch zu. Jede Heldenreise hat auch was mit Tod und Verderben zu tun. Entweder tatsächlich, ne? Bei Matrix, er stirbt ja tatsächlich, ne? Flatline und dann, und plötzlich ist er dann doch wieder da, ne? Das ist dann hier Reward, das heißt so, die, äh, das Elixier kriegen, das Schwert kriegen, was auch immer, ne? Und dann kommt so quasi der letzte Teil, der ist in Hollywood-Filmen meistens sehr kurz. Also das meiste in Hollywood-Filmen, genau, also in Hollywood-Filmen ist das meiste, also jetzt auch tatsächlich, äh, seitenmäßig ist das meiste so zwischen sechs und, und acht. Ja, also hier so, da ist das meiste. Und dann hast du hinten nochmal, also, 20 Seiten hinten dran. Bitte? Der Ritt in den Sonnenuntergang. Ja, genau, das ist dann, das ist dann hier so, ne? Road Back, Resurrection. Die, äh, die Medaillenzeremonie bei Episode 4. Hm. Ja? Auch sehr kurz, aber fregnant. Aber ist ja nicht so. Genau, genau, weil wenn man hier nämlich schon denkt, ha ha, ich bin glücklich auf dem Weg nach Hause und dann erwischt es einen doch nochmal, ja, genau. Das ist bei, bei Alien sehr schön, weil, äh, Ripley ist dann schon im Rettungsschiff und denkt, er hat's geschafft und dann taucht das Alien nochmal auf und dann schmeißt es raus. Genau. Ne, Resurrection. Hurra, der Held lebt doch. Ähm, ähm, Spoiler. Die meisten Helden müssen überleben, damit eben die Geschichte fertiggestellt wird. Oder es muss halt die Heldenrolle von einem anderen Charakter übernommen werden, der dann quasi, return with the Alex here, das Schwert ins Dorf zurückbringt. Das heißt, wir sind hier auf einer, äh, wir kontemplieren darüber, äh, ne, sondern das ist halt wirklich eine ganz archaische Ebene, auf der Geschichten bei uns als Leser oder als Zuschauer sich abspielen. Das heißt also auch für euch, wenn wir jetzt nachher schreiben, also für die Leute im Stream, die werden nachher nicht mehr dabei sein, aber es geht nachher wirklich noch ans Eingemachte. Wir machen das dann auch nochmal, ne, ähm, ihr sprecht die Menschen wirklich auf einer Ebene an, wo ihr sie ganz, ganz stark erwischen könnt. Ja, also als Autoren hat man echt eigentlich eine Verantwortung, das muss man ja dann auch mal so sagen. Äh, Menschen nehmen jetzt nicht uns, aber unsere Geschichten mit ins Bett, ja, lesen dann vielleicht im Bett und lesen dann und wir haben sie dann halt auf einer Ebene, wo man, ja, wo man die Menschen ganz, ganz arg auch beeinflussen kann. Wer, wer, wer hat so Geschichten, die einen richtig, richtig, richtig geprägt haben? Also ich schon. Ich sehe mehr Hände. Ja, genau. Lass mich raten, die haben euch irgendwo richtig böse erwischt mal, ne, auf so einer, so einer richtigen, ja, nicken. Okay, gut. Ich hoffe ja, dass ich mich jetzt auch nach einem Kaffee halbwegs, äh, deutlich ausdrücken kann schon. Das ist nicht so einfach. So, ich glaube, das müsste jetzt Vogler sein, oder ist das auch Kempel? Hilf mir nochmal. Ja, das heißt jetzt nichts, das habe ich gestern Nacht nachgetragen, nachdem es ein bisschen spät war. Ich habe beide Bücher leider nicht bei mir. Das ist auch Kempel. Danke. Ja, da hätte ich natürlich heute Nacht um zwei drauf kommen können. Siehst du, das ist die Sache mit dem ganz Tief erwischen und dem Kontemplieren, das war um zwei nicht mehr. Genau, da ist noch das Ganze halt nochmal aufgebaut, halt als Story Structure, ne, hier ist so die Krise, ne, Approach bis Road Back, ne, und hier Climax bei der Resurrection. Ist jetzt klar, ne, ja, nicken, gut. Ah, hier haben wir das auch nochmal mit den Screenplay Pages. 30 bis da, 60 bis da und dann nochmal 30 hinten dran. Screenplays sind übrigens echt nicht lang. Also wenn man jetzt so fürs Fernsehen schreibt oder sowas, das sind halt wirklich so ein paar Blättchen. Bücher sind dafür länger. Überlegt euch das also vorher gut. Gut. Die Leute, die in diesen Büchern vorkommen, ne, oder halt in Geschichten, was ich jetzt gerade schon sagte, das läuft halt wirklich auf einer ganz archaischen Ebene. Das heißt, auch die Charaktere, mit denen wir zu tun haben, sind literally Archetypen, ne. Das heißt, wir haben mal so charakteristische Typen, die halt in Geschichten uns immer irgendwie, ja, begegnen. Der Held ist klar, ne. Was ganz interessant ist, sie sind allgemein und über alle Kulturen hinaus verständlich. Also so ganz tiefe Sachen wie Geschwister, Familienbeziehung, ne, Eltern, der Bruder, die Stiefmutter, ne. Das sind so Sachen, das ist in allen Kulturen irgendwie gleich. Genau so. Und dann halt so Ur-Erfahrung, weiblich-männlich, Geburt, Kindheit, etc. Ne, Kubertät, Wandlung innerhalb des Lebens, Partnerwahl. Also je nach Geschichte, die man erzählen möchte, ne. Ist das jetzt eine Komödie, ist das halt eine Liebesgeschichte, ist das ein Krimi? Kommen wir da halt auch auf diese ganz tief liegenden Themen zurück. Genau, die haben halt für uns als Autorinnen natürlich alle auch eine dramatische Funktion. Im Sinne von, in der Geschichte muss eine Funktion erfüllt werden, weil man will ja diese Geschichte weiterbringen. Sonst sind nach 20 Seiten alle Leute tot und man kann sagen, okay, fertig, ich gehe jetzt nach Hause. Will man ja nicht. Will man ja normalerweise halt so sagen, okay, ich schreibe jetzt einen Roman oder halt ein Screenplay. Weil das hat jetzt entweder eben diese 90 Seiten oder 120 Seiten oder ich sage, ich mache halt ein ganzes Buch draus mit 400 Seiten. Da können nicht auf Seite 20 alle tot sein. Deswegen müssen wir halt schon gucken, wie wir die Charaktere dazu bringen, dass sie auf die andere Seite kommen. Also auf die andere Seite des Buchs. Wer überlebt? So, setzen Sie mal wieder her. Der Held ist klar, hatten wir gerade. Das ist die Figur, mit der sich das Publikum oder halt die Leser oder auch für Podcasts, die Hörer, identifizieren. Mit der Person gehen sie mit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Interview-Podcast macht oder auch sagt, okay, ich habe, ein Problem soll gelöst werden, könnt ihr das halt, ich weiß, Hashtag Storytelling ist schon extrem abgedroschen und ich kann es auch nicht mehr hören, aber es ist es letztendlich. Man setzt halt, man setzt halt den Hörer an die Stelle des Helden und nimmt ihn mit auf diese Reise. Oder halt auch der Leser. Wenn man jetzt sagt, okay, ich schreibe einen Text, dann ist der Leser derjenige, der mit dem Helden zusammen auf die Reise geht. Deswegen sind Helden keine total positiven, glitzernden, schillernden Figuren, die vollkommen makellos sind, sondern das Eureka ist so ein schönes Beispiel. Eureka, der Copt, ist halt der einzig normale Mensch da, mit dem man sich halt auch als Zuschauer identifizieren kann und dann eben durch diese völlig freakige Techie-Welt mitgeht. Wer hat Eureka gesehen? Genau, ihr wisst, wovon ich rede. Nicken, sehr schön. Ja, magst du das Mikro da mal weitergeben? Ich habe nur eine ganz kurze Sache. Ich hatte mal einen Medienpsychologie-Prof und da ging es um Identifikation und dass das so wichtig ist. Und der hat mal gesagt, eigentlich benutzen wir da das falsche Wort, meinte er. Weil er hat gesagt, eigentlich geht es nicht um Identifikation, also sich da hineinversetzen, sondern es geht um eine andere Form von hineinversetzen, nämlich Empathie. Das heißt, der sagte, guckt euch an, wie Kinder ein Kasperle-Theater gucken. Also die in dem alten Terminus Identifikation identifizieren sich ja mit dem Kasper. Aber sie haben ja trotzdem eine andere Perspektive und sehen auch, wo die Bösen sind. Das weiß der Kasper ja häufig noch nicht, wenn der Wolf oder der andere Böse dahinter ihm steht oder der Teufel oder so. Und die schreien dann aber, Kasper, Kasper. Also die wissen, das bin ich ich, aber sie fühlen mit ihm mit. Also es ist quasi jetzt nicht so, ich bin der Kasper, sondern der Kasper ist ein guter Freund von mir, den finde ich cool, mit dem leite ich mit. Und da meinte der so, verwendet doch mehr so diesen Begriff von der Held oder der Protagonist oder Protagonistin soll sympathisch sein, dass ich empathisch werde, aber nicht wirklich mich identifiziere. Er meinte, das sei, aber es ist natürlich, ja, es ist Kleinigkeit. Ich wollte es nur mal kurz ein bisschen schlau werden. Aber eine grundsätzlich total richtige, stimmt. Also ich werde das für die nächsten, wenn ich das nächste Mal irgendwo einen Vortrag mache oder sowas, werde ich daran denken. Stimmt auf jeden Fall, weil der Held ist ja natürlich eine von mir unterschiedliche Person. Das ist aber klar. Es geht trotzdem darum, dass eben der Held Fehler haben muss, um eben noch sympathisch zu sein. Weil Leute, die zu perfekt sind, die findet man irgendwie auch nicht sympathisch. Das ist so, kann alles, weiß alles, sieht verdammt gut aus, hat ein IQ von 150. Ich gehe einfach nach Hause. Das ist so, wacht mal. Dramatische Funktionen geht noch weiter mit Lernen und Wachstum. Das heißt, innerhalb dieser Reise muss halt auch was mit dem Helden passieren, wo dann der Leser oder halt auch der Zuschauer, Zuhörer oder auch die Zuhörerin, eh klar, mitgehen kann. Also wir lernen dieselben Sachen, die der Held lernt im Buch oder die Heldin. Also eh immer beides. Der Held ist derjenige, der die ganze Geschichte halt auch am Rollen hält. Also innerhalb der Geschichte werden dann zwar halt auch Handlungen von anderen Charakteren übernommen, aber grundsätzlich muss man den Helden schon irgendwie durch die Geschichte dann durchkriegen. Bei Frodo und so weiter hier, kurz bevor sie da dann letztendlich zu dem Berg kommen und so weiter, da ist er dann irgendwann noch schon ziemlich durch und macht nicht mehr viel. Da sind es ja dann seine Freunde, die ihn quasi dann da zum Berg schieben, tragen letztlich und sagen jetzt, jetzt sieh hier mal weiter, komm, da, werf rein und jetzt haben wir es. Aber grundsätzlich ist es eigentlich immer der Held, dem wir dann trotzdem weiter folgen. So, Opferbereitschaft, hatten wir auch schon in Teilen. Das heißt, es geht halt auch immer darum, dass die Person, der wir folgen, die Heldin, der Held, irgendwas hergeben muss dafür, dass hinterher die ganze Geschichte dann aufgeht. So. Und was ich vorhin auch schon sagte, wir haben es früher oder später immer irgendwie mit dem Tod zu tun. Entweder tatsächlich oder in einer symbolischen Form. Antihelden, wer kennt gute Antihelden? Ja. Äh, Mikro, dort. Han Solo. Ah, aber wieso ist der ein Antiheld? Der ist doch auf der Seite von unserem Held. Ja, aber nicht immer. Am ersten Film haut er erst ab. Kommt er dann am Schluss wieder. Mhm. Ja, oder vielleicht die klassischen, ähm, so Private Detectives, die abgefuckt irgendwo im Büro rumhängen und dann besucht werden. Genau. Das sind doch einmal so diese zynischen, ne? So zynisch verwundet. Oder das ganz Tragische. Und dann gibt es noch die Einsamen, ne? Also, man muss bei Held jetzt halt nicht immer gleich an den Ritter in der Rüstung denken, ne? Sondern das, das sind halt eigentlich ganz normale Leute. Wir müssen sie halt, oder wir müssen ihnen einfach nur eine Geschichte geben, die sie mitmachen können. Und an der sie wachsen können. Das ist ja eigentlich auch der Punkt. So. Weiter. Es gibt natürlich noch mehr Charaktere. Ich erzähle jetzt gerade ganz viel von archetypischen Charakteren, damit ihr die nämlich nachher alle irgendwo in eure Geschichten reinschreiben könnt. So. Mentor kennen wir auch alle, du hast es vorhin gesagt, ne? Gandalf, beziehungsweise hier in dem Fall, the pointy green ears. Hilf mir mal gerade. Yoda, danke. Das ist die Katze von einer Freundin von mir. Ja, seither ist bei mir der Name Yoda irgendwie. Das hat irgendwie so Fell und das ist egal. Genau. Klassisch eben so mit göttlicher Stimme, so das Gute, das, was einem halt viel Wissen, Erfahrung und so weiter mitbringt. Dramatische Funktion ist, den Helden trainieren. Also auch ganz klassischer Mentor wäre halt sowas wie, bringt dem Helden Schwertkampf bei und so, ne? Und teilweise halt auch Beschützer. oder ganz klassische Funktion vom Helden, äh, vom Mentor ist auch, gibt ihm das Schwert oder gibt ihm irgendetwas, was er hinterher braucht. Es gibt da noch Erfinder, Mentoren oder halt auch so innerliegende als Gewissen. Geht da jetzt mal relativ schnell drüber, damit wir hier dann irgendwie noch zum Punkt kommen. Genau. Informationsquelle auch ganz wichtig. Also geben von Information, also nicht nur geben von Schwert oder geben von Elixier oder sowas, sondern halt auch Info. oder Mentor als Sexualpartner, auch ganz interessant für, äh, Liebesgeschichten und so weiter. Nicht nur, je nachdem, was man halt schreiben will, ne? So. Ganz wichtiger Punkt. Mentor ist zwar eine ganz geile Sache, hilft dir aber überhaupt nichts, wenn der Held nicht drauf hört. Also es kann sein, dass, dass er halt einen guten Rat kriegt, den die ganze Zeit total verdrängt und dann so, äh, zur Resurrection kommt er dann irgendwo drauf oder halt zum großen Kampf. Da war noch was, ne? Ja, genau. Use the Force. Oder, ähm, hier, Ready Player One mit der, mit dem Extra Life, was er dann halt, hab ich jetzt gespoilert? Entschuldigung. Ähm, äh. Also, äh, Spoiler Alert übrigens für, für den gesamten Talk, also, äh, äh. Vielleicht, vielleicht nachher. Ich glaube, Lukes Vater kennen wir jetzt alle, oder? Das, das kann nachher, das können nachher echt geile Geschichten werden. Wir hätten diesen Poetry Slam heute hinter die Schreibwerkstatt legen sollen. Machst du nachher gleich? Fängst du schon an? Schade, die hätte ich jetzt echt gern gelesen. Okay, Schwellenwächter hatten wir vorhin auch kurz angerissen schon. Das heißt, die stehen quasi an jeder neuen Stufe, an jedem Tor, sind halt Gegner, die aber nicht der Endgegner sind. Also das sind halt so immer die Herausforderungen, die Kämpfe, die werden halt immer größer. Es wird immer schwieriger für den Helden, aber das ist noch nicht the real thing. Also das ist jetzt noch nicht wirklich der Enemy, sondern das ist ja nur zum Üben für den. Genau. Dramatische Funktionen, Tests, muss ich halt ranarbeiten, dass er dann irgendwann vorbereitet ist, tatsächlich den Endgegner zu treffen. Wer kennt noch gute Schwellenwächter, abgesehen eben von Agent Smith & Co.? Ähm, die Warboys bei, ähm, Mad Max's Furiosa, also, ähm, dem neuen Mad Max. Okay. Gly Rode, danke. Die Nazgül, aus heller Ränge. Uh, ja. Wie ist es also gerade so in so Heist-Movies, sind das dann oft auch so die Alarmsysteme, die dann einzeln überwunden werden müssen? Mhm. Genau. Also, Genau, also wir, wir reden hier die ganze Zeit von Funktionen in einer Geschichte, ja. Also das müssen jetzt nicht Personen sein, das können auch tatsächlich, äh, irgendwelche Systeme sein oder, ähm, Rätsel, die überwunden werden müssen und so weiter. Also da kann man schon kreativ werden, jetzt auch als Autorin, als Autor. Ähm, es gibt, weiß ich nicht, ob, es gibt noch Schwellenwächter in so einem mystizistischen Kontext, äh, das ist ganz viel bei Twin Peaks, äh, das ja, da gibt's, ich weiß, gibt's ja die Lodge und das ist ja im Grunde die Schwelle zur Hölle und zum Himmel und dann gibt's ja The Arm und das ist ja auch im Grunde so ein Schwellenwächter, der schaut, dass, äh, äh, Agent, äh, Cooper, äh, in welche, welche Lodge dann am Schluss kommt, weil der Red Room ist ja nicht die Lodge, sondern ist ja nur die Schwelle sozusagen dazu. Und dann gibt's auch in so einem, nicht so Storytelling-Kontext, sondern das ist dann mehr so wirklich so esoterische, mystische Vorstellung von The Dweller on the Lodge, also der, nicht der Wächter, aber der, die Figur, die quasi auf der Schwelle steht, die man überwinden muss. Ähm, wahrscheinlich ist das irgendwie verbunden auch. Mhm. Wir haben noch, warte mal, ein bisschen, was haben wir noch? Wir haben noch den Herold. Ähm, ganz klassische Sache, der Call to Adventure, ne, also was wir vorhin, was ich, ne, also es kann auch ein Brief sein, ne, es kann The Herald, ja. Und, ähm, da haben wir halt auch ganz klassisch eben dieses, ähm, eine Information kriegen, ne, den Call to Adventure, also den, den Helden auf die Reise schicken, ne, das Ganze ins Rollen bringen, ja. Ist denn eigentlich C3PO und R2D2 der Herold bei Star Wars? Ähm, ich glaube, sie haben immer mal wieder eine Herold-Funktion oder zumindest eine Funktion, wo sie Informationen hergeben. Also alles, was wir jetzt hier sehen, ist jetzt kein Ding, äh, auf Seite 3 kommt jemand, äh, mit dem Schild Herold und macht das, ne, und so weiter, sondern es können alle Charaktere in einer Geschichte, können zu jeder Zeit auch einfach mal kurz quasi die Kostüme wechseln, die Rollen tauschen, ja. Also, äh, wer vorher noch der Mentor war, kann sich hinterher zum Beispiel auch als der Gegner rausstellen. Nein, diese Superhelden-Dingens. Welche waren das? Ne, ich war jetzt bei Superhelden. Ähm, genau. Ich war noch bei Superhelden und den neuen Solo-Film kenn ich noch nicht. Verdammt. Mögt ihr in das Mikro reden, dann haben die Leute im Stream auch was davon. Zum Beispiel bei Batman Begins, Ra's al Ghul, der am Anfang der Mentor ist und am Ende dann sich als Gegner rausstellt. Danke, genau sowas meinte ich. Also, ne, das kann sich jederzeit halt auch wenden, ne, wenn man, wenn man das ordentlich einfädelt und dass die, die Zuschauer oder die Leser nicht auf Seite 30 denken, na komm, ne, da muss, das kann's jetzt, äh, das kann doch so eine tolle Freundschaft nicht sein, das muss doch, ne, also, man kann das Ganze schon schön, schön verpacken, dass man hinterher auch überrascht ist. Und das Beste ist, wenn man als Autor selber überrascht ist von dem, was passiert. Aber ist das nicht ein eigener, ähm, ein eigener Archetyp, also der Trickster? Der kommt gleich noch. Trickster ist aber noch ein bisschen was anderes als halt, ähm, Herold oder Mentor oder, ähm, Charaktere, die die Rollen tauschen. Trickster ist nochmal eine eigene, eigene Kategorie quasi. So, und eigentlich hatte ich diese Folien ausgeblendet, warum auch immer sie da sind. Ich klicke einfach drüber, ihr müsst da jetzt durch. Genau, Herold, ne, Motivation und Herausforderung, eh klar, das hatten wir ja gerade. Und dann gibt es noch so eine Variante, es gibt positive, negative, neutrale oder, was ich eben gerade sagte, eben, dass das Ganze temporär von einer, von einem anderen Charakter übernommen wird, für den Moment eben, um, äh, diese Funktion in der Geschichte zu erfüllen. Gestaltwandler haben wir auch noch ein paar. Das kann jetzt wirklich ganz physisch Gestaltwandeln sein, ja. Das kann aber auch, ähm, eine, eine psychische Gestaltwandlung sein. Na, also geht jetzt auch einher mit, war vorher Freund, wird dann Feind. Na, das ist auch so ein Wandel. Und das bringt halt immer so eine, so eine gewisse Unsicherheit rein. Ja, das ist so, das ist so ein, so ein Spannungselement. Wenn man sich nicht sicher sein kann, wie die Figuren vielleicht als nächstes reagieren. Ja. Ja, genau das, Zweifel und Spannung. Die sollte eigentlich auch ausgeblendet sein. Ja, das ist toll. Ich bin gerade selber von meiner Präsentation überrascht. Das ist schön. Okay, ja, nein, das Mittagessen ist heute nicht meine Baustelle. Alles gut. Jetzt kommen wir langsam mal zum, zum Gegner. Den gibt es ja auch immer noch, ne? Also, und dieser, der Gegner ist, nochmal, ne, zur Wiederholung, das sind nicht die Schwellenwächter, das ist nicht dieses kleine Übel, was man, wo man am Weg hinkommt, sondern da kommen wir jetzt zum Endgegner. Das heißt, was halt ein guter Antagonist ist, der ist nicht, der glaubt von sich selber nicht, dass er böse ist. Ja? Der ist im Zweifel, der ist nur auf der anderen Seite des Spektrums wie der Held. Der eine möchte, keine Ahnung, der eine möchte nach Hildesheim fahren und der andere will nach Arlfeld. Basically, ja? Nur halt etwas archaischer. Oft eben zeitgleich auch Gestaltwandler, ne? Solche Sachen wie Vampire, Werwölfe und so weiter, ist das dann halt auch wieder ganz physisch. Also je nachdem, welche Geschichten wir halt so erzählen. Und eben ein würdiger Gegner für den Helden. Dem haben wir jetzt durch die ganze Geschichte schon so viel an Training zukommen lassen, ne? Durch die Schwellenwächter und allem. Da kannst du halt hinterher nicht hier so irgendwie so einen Praktikantengegner hinschicken, ne? Das muss dann schon ordentlich was sein, dass der Held hinterher im Endkampf letztendlich auch nochmal eine echte Herausforderung erlebt. Das muss so aussehen und das haben wir ja ganz häufig auch in den Filmen und in den Büchern. Das muss so aussehen, als würde das echt schief gehen, ne? Muss schon denken so, ja nee, komm, das war's jetzt. Schade. Ich habe keine Ahnung, was in den letzten 30 Seiten Anhang noch drinstehen soll. Der ist jetzt echt gleich tot. Und dann schafft das aber irgendwie doch, ne? Genau. Gute Bösewichte sind selten nur böse. Wenn man denen so menschliche Züge gibt, dann werden die auch für die Leser oder für die Zuschauer richtig greifbar. Dann kann man, dann sieht man, dass das halt irgendwie auch so Menschen sind. Dann kann man sich mit denen halt auch, Verzeihung, das Wort identifizieren. Also man kann auch Empathie zum Gegner haben, ne? Ja. Mir ist gerade aufgefallen, also Sauron ist ja wirklich nur böse. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Tolkien aufgefallen ist, dass Sauron zu böse ist. Und da hat er noch Saruman eingeführt, der ja eher so ein Gestaltwandler ist. Ja. Ja. Da gibt es ja dann auch nicht viel zu erzählen. Wenn der Erzbösewicht einfach nur böse ist und das sein einziges Werkmal ist, und dann erzählt man wahrscheinlich lieber mehr über seinen direkten Handlanger. Genau. Also wenn, es wäre jetzt halt auch schwierig, einen physischen Kampf mit Sauron zu haben, wenn ich in meiner dunklen Erinnerung jetzt an sowohl... Fünftes Element übrigens ähnlich. Ein schönes Beispiel für den Schatten ist in, wie heißt der nochmal, dieser Spacefilm? Ja, genau. Dieser eine. Ähm, mit der... Tut mir leid. Ähm, die Raumstation, die in den Meteoritenschwarm... Ähm, genau. Die Stimme aus dem Off sagte Babylon 5? Nein, nicht Babylon. Gravity, genau. Gravity. Das ist ja eigentlich das Böse ist dieser Meteoritenschauer. Mhm. Der... Ich ne... Die kannst du ja dann schon wieder bekämpfen, aber Meteoritenschauer... Oder eben irgendwie the... was war das? The Big Storm? Oder die große Welle, die dann halt kommt. Und das... oder der Sturm, der angreift. Day After Tomorrow, wo du dann halt einfach die große Kälte hast, da kannst du ja dann auch nicht viel tun. Also, da ist dann halt eher die Frage, in dem Fall ist halt nicht ein Endgegner, ein Endkampf letztendlich da, dem man als Leser oder als Zuschauer folgt, sondern es ist halt die Frage, wie überlebt die Heldengruppe das? Na? Ja? Äh, ich hab letztens so einen Vortrag gehört, da hat der Vortragende sich diese Heldenreise so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Spiele-Theorie angeguckt. Oh, schön. Und der hat, der hat dann diese Bösen auch immer so beschrieben, dass der Böse oder der Schatten, der hat auch immer einen Plan. Also, der hat immer einen riesigen Plan, so, ähm, er hat entweder die Weltherrschaft schon und er will sie erreichen und dieser Plan ist eigentlich total geil ausgefuchst und bombensicher. Und dann stolpert dieser Held dann irgendwie in seiner Heldenreise dann irgendwie da rein und irgendwelche Dinge machen das dann möglich, dass dieser todsichere Plan, wie ich baue einen Todesstern und beherrsche das Universum für immer, dann irgendwie doch kaputt gemacht wird. Aber der hatte die Behauptung aufgestellt, es muss eigentlich immer so sein, dass der klassische Held irgendwie gegen diesen Plan null Chance hat, weil dieser Plan so geil ist. Und dieser Typ, dieser Schatten, der denkt auch immer ganz lange so, alles im Griff, so, okay, dann kommt da so eine Fliege und dann macht er, äh, hau ab, so. Aber der, ganz am Ende erst wird ihm klar, dass sein Plan so richtig im Arsch sein kann. Und das muss halt wirklich irgendwie, dann sagt er der so, das muss halt, eine Geschichte hat sowas, dass Sauron erst so ganz am Ende merkt so, als er schon fast gewonnen hat auf den Pelonophil, dann, scheiße, was machen die da auf diesem Berg? Und dann, bumm, ist er tot. Mhm. Warte mal, äh, da hinten war auch noch eine Hand. Ja. Nee, doch, keine Hand? Also ich wollte auch was sagen, ganz kurz. Da fiel mir ein zum Spielen, beim Spielen ist das ja auch oft so, dass die irgendwie am Anfang auf dem Bösen treffen und dann haben die null Level irgendwie und werden sofort besiegt und der Böse sagt, ach, egal. Und später haben die dann Level 50 und dann raucke ich die so weg und fühle mich total geil, weil ich wusste, damals war das nicht so. Hashtag damals. Um mal vom Spiel ins etwas Ernstere zu kommen, ähm, der wahre Böse ist immer einer, der vorher gut war. Lucifer zum Beispiel, den wir als Teufel kennen, der war vorher der Lichtbringer, die, die Figur neben Gott überhaupt im Himmel. Und, ähm, der ist dann gestürzt und gefallen, weil er Gott sein wollte und, ähm, sich dadurch seiner guten Position beraubt hat und dann aber zum ernsthaften Gegner für Gott wurde beim Kampf um die Seelen, was der vorher gar nicht geplant hatte. Mhm. Der kennt natürlich dann auch das System. Genau. Und schon ist das Ganze ein Internal Job. Mhm. Ja, ja. Ähm, damit wir unsere letzten fünf Minuten hier gerade noch auskosten können, äh, es gibt die Verbündeten, die hatten wir vorhin ja auch schon. Gute Verbündete sind halt auch gute Sparring-Partner, ne, also auch wieder Funktion, den Helden, äh, voranzubringen und halt auch zu trainieren mit am Weg. So. Ah ja, genau, und sie stellen immer die wichtigen Fragen für den Plot. Also, und da kommen wir noch mal zum Trickster, ne? Ja, genau, ähm, das ist halt immer diese, ne, das sagt es eigentlich ganz schön aus, also nicht nur Clowns und komische Sidekicks, sondern das ist halt auch immer so dieser, dieser Drang nach Veränderung, ne, dieses, dieses Seitenhiebe verteilen, das ist auch so typisch Trickster eigentlich, ne, so. Also, manchmal weiß man nicht, ist das jetzt der Gute oder der Böse oder auf welcher Seite steht er oder manchmal ändert sich das halt irgendwie auch durch die Geschichte. Und kriegen halt diese katalytische Funktion, ne? So, und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere. Leute, ne, also Good Cop, Bad Cop, äh, der jüngste Sohn, so die typischen Sachen. Der Jäger, also alle Sachen, die wir auch hier aus, äh, Werwölfe im Düsterwald kennen, ne, das sind auch so ganz klassische Charaktere. Ich sehe lachen, ja, genau. Es and. Äh, ich wollte noch eine Anmerkung machen, was den Trickster angeht. Das ist der, der eigentlich die Zivilisation ermöglicht hat, in Form einer Sagengestalt, nämlich Prometheus. Der hat den Menschen das Feuer gebracht und sie damit, 90 Prozent ihrer Geschichte war die Gattung Homo Katzenfutter, Großkatzenfutter. Und nur durch die Gabe des Feuers haben sie es geschafft, die Katzen aus den Höhlen rauszuhalten, beziehungsweise sie jagen zu können. Ja, jetzt sind wir bei Homo Katzenfüttere. Jetzt, genau, jetzt sind wir der Katzenfüttere, aber nur für Kleine. Genau, und die Katzen sind wieder in der Höhle. Aber Prometheus hat halt den Menschen das Feuer gebracht, der Sage nach, und das hat ihre Entwicklung auch zu schmieden und so überhaupt erst ermöglicht. Das war ein Plot der Katzen, jetzt können wir nämlich das Futter vorkochen. Möglicherweise. Aber er hat es halt geschafft, die Götter auszutricksen, die nicht wollten, dass das Feuer auf die Erde gelangt. Ja, ja, ich höre dir zu. Also, ja. Entschuldige, ich hatte nur gerade geguckt. Ich wollte nur das Mikro halten. Ach so. Heldreise noch mal ganz kurz, auch jetzt für die Podcasts. Ihr nehmt einfach den Hörer mit auf diese Reise. Und ihr könnt ein Interview, genauso wie halt eine Folge, die zum Beispiel ein Problem darstellen und lösen soll, ja, wenn ihr jetzt einen Podcast habt, der halt ein konkretes Thema beschreiben soll, ja, könnt ihr dasselbe Schema letztendlich auch für den Sachbereich anwenden. Das geht auch in Sachbüchern, ja, oder eben wie gesagt im Podcast, in Hörspielen und so weiter. Gibt es gerade noch Fragen? Ich glaube, wir haben noch ungefähr zwei Minuten Maximum. Eine, ja? Mikro? Danke. Wenn das alles nach dem gleichen Schema aufgebaut wird, ist es dann nicht eher Stereotyp und langweilig? Ist ja schon mal, also ja, vom Fernsehen müssen wir jetzt reden, da wird einem langweilig, aber nur weil dasselbe Schema drunter liegt, ist es ja nicht langweilig. Also, Menschen haben ja auch alle dasselbe Schema, also großen Teils. Ich sage jetzt mal Schema, zwei Beine, zwei Arme, Oberkörper, Kopf, Haare. Also, dasselbe Schema liegt jetzt allen hier zugrunde. Wenn ich die dramaturgische Kurve anhand dieser Heldenreise gestalte, dann komme ich eigentlich immer in der Mitte, gegen Ende, zu einem Höhepunkt und Abschluss. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Also, ich kann bei einem Podcast auch mit dem Höhepunkt einsteigen und dann gucken, Fragen stellen, die der Hörer selber beantworten muss, sich selber. Also, die ganze Heldenreise, genau wie jedes andere Schema, ist quasi eine nette Empfehlung der Straßenmeisterei. Okay. Ist das so, kann man so machen und dann wird es relativ sicher brauchbar. Ja. Bist gut. Das heißt aber nicht, dass du dich als Autor zwingend daran halten musst. Das ist halt nur ein Rezept, also ein Rezept, das funktioniert, weil einfach so, was wir jetzt vorher sagten, die Menschen so ticken. Ja, du erwischst sie halt wirklich auf einer ganz tiefen Ebene, wo Menschen einfach verstehen, was passiert. Die werden basal angesprochen, ja. Genau, weil sie einfach auf genau dem Level, auf genau diese Art und Weise schon immer Geschichten erzählt haben. Du kannst sie natürlich herausfordern und davon abweichen und was ganz anderes machen. Howard the Duck oder übrigens Howard the Duck ist zwar grundsätzlich gegen das Schema, aber hält sich in Teilen trotzdem dran. Das ist ja auch das Lustige wieder. Aber du kannst damit brechen. Das ist jetzt kein fixes, das muss so sein. Aber du hast zumal ein ganz klassisches Beispiel, was jetzt nicht geschrieben ist oder Film ist, sind Aberlieder oder jetzt halt irgendwie Schlagerzeug. Da hast du auch immer so ab, ich glaube Sekunde 23 kommt der erste Refrain oder so ein Blödsinn. Und das hast du komplett durchgehend. Finde ich jetzt zum Beispiel viel langweiliger als in Geschichten. Ich auch. Aber es gibt trotzdem große Fanbases, einfach weil es funktioniert. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ich sage ganz herzlichen Dank an alle. Wer jetzt gerade Bock hat, selber was auszuprobieren und zu schreiben, nach einem Café weiter in der Werkstatt. Danke an alle im Stream.